So, meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass die letzte Zeit keine Videos hochgeladen wurden. Ich muss das Mikro mal ein bisschen umstellen. Und zwar, ich habe den Internet-Provider gewechselt. Das bedeutet, ich habe zur Zeit halt kein Internet. Ich habe nur über mein Handy Internet und ich habe jetzt auch über WLAN-Hotspot vom Handy das Video hier gerade hochgeladen. Ja, ich wollte euch nur Bescheid geben, nicht wundern, ich bin nicht tot, ich habe nicht aufgehört. Ich habe nur zur Zeit halt kein Internet, außer das auf dem Handy. Und ja, das bedeutet, ich werde vielleicht nächste Woche nochmal in die Uni fahren oder vielleicht sogar diese Woche noch und ein paar Videos hochladen. Ansonsten werde ich das nächste Woche machen und ab spätestens übernächster Woche habe ich dann auch wieder ganz normales Internet. Das heißt, dann würde es auch wieder ganz normal losgehen. Ja, für euch bedeutet das dann einfach, was bedeutet das für euch? Mich auf meiner Facebook-Seite weiterverfolgen und ja, bis nächste Woche dann ganz einfach den Status abwarten. Also wie gesagt, ich bin nicht tot oder ich habe nicht aufgehört. Ich habe nur zur Zeit kein Internet, deswegen konnte ich keine Videos hochladen. Aber wenn alles klappt, geht das dann ab nächster Woche weiter. Gut, also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, macht's gut.